Was sich im Jahr 2020 in der Rente ändert? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das neue Jahr 2020 hat ja in Sachen Rente stürmisch begonnen. Am 16. Januar 2020, in den späten Nachmittagsstunden, wurde das neue Grundrentengesetz oder der Referentenentwurf durch Hubertus Heil veröffentlicht. Das war ja eine ganz große Sache, die der Bundesarbeitsminister im letzten Jahr 2019 noch angekündigt hat. Wir haben diesen Referentenentwurf auch vor uns liegen. Also da geht es auf jeden Fall weiter. Ende Januar 2020 soll ja das Gesetzgebungsverfahren zur Grundrente dann auch beginnen. Wir haben ganz interessante News zu diesem Thema dann auch in einem späteren Video. Was kommt jetzt noch Neues dazu im Jahr 2020? Wir bekommen in der Rente eine wahrscheinlich sehr gute oder hohe Rentenerhöhung zum 01.07.2020. Die Rentenkommission, die eingesetzt worden ist durch den Gesetzgeber, wird im Frühjahr dann uns mal sagen, wie es denn mit der gesetzlichen Rente für die Zukunft auch weitergeht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, damit wir da mal weiterkommen. Und es haben sich natürlich viele Zahlen, Daten und Fakten geändert in der Rente. Also zum Beispiel das Renteneintrittsalter für die Regelaltersrente hat sich erhöht. Und auch die Renteneintrittsalter für die vorgezogenen Altersrenten haben sich auch wieder im Jahr 2020 erhöht. Was bleibt gleich? Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit 18,6 Prozent bleibt auch im Jahr 2020 gleich. Da hat sich also Gott sei Dank nichts geändert. Ja, warten wir einfach mal die Entwicklung ab, was die Grundrente anbetrifft. Und die Rentenerhöhung 2020 wird ja dann auch noch im Frühjahr 2020 ganz konkret bekannt gegeben. Da warten wir alle mit großer Spannung auf diese ganzen Neuigkeiten. Näheres zu diesem Thema können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.